Benzucker und Helene Fischer sind beide fest in der Schlagerbranche etabliert. Wie wäre es mal mit einem Duett? Tatsächlich steht dem wohl derzeit Helenis kleine Tochter im Weg. Benzucker, rührende Worte über Schlagerkollegin Helene Fischer. Das Leben von Benzucker änderte sich 2017 um 180 Grad, nachdem er sein Debütalbum Na und? auf den Markt brachte, waren unzählige Schlagerfans ganz verrückt nach dem Mann mit der rauchigen Stimme. Einen großen Schritt Richtung Schlager-Olymp machte Ben dann nur ein Jahr später, als er Helene Fischer bei ihrer Stadion-Tournee als Support-Act begleitete. Für ihn ist dieses Erlebnis noch immer unvergesslich, wie er 2023 im Interview mit der Westen erklärte. Das war schon Wahnsinn. Dann war ich lange mit Flo unterwegs und danach ging es direkt mit Helene ins Stadion. Ich weiß noch, wie ich da reinkam. Das war beeindruckend. Als Helene dann noch auf mich zukam und meinte, Benni, ich habe Bock, mit ihr noch eine Nummer zusammen zu performen. Das bleibt unvergessen. Die Zeit mit ihr, ihre geilen Fans, die mich glücklicherweise sehr dankbar aufgenommen haben. Das beeindruckt mich noch heute. Der Schlagerstar weiß, dass die Atemlos-Sängerin ihn damit in seiner Karriere gepusht hat, mein persönlicher Ritterschlag. Ich bin ihr auf ewig dankbar. Benzuka und Helene Fischer, ein gemeinsames Duett? Helenes Fokus liegt derzeit auf ihrer Tochter. Benzuka und Helene Fischer verstehen sich seit dieser Stadienturne 2018 blendend und auch die Fans sind begeistert von der Harmonie ihrer beiden Stimmen. Wann also folgt das lang ersehnte Duett der beiden Schlagersstars? Das lässt wohl noch ein bisschen auf sich warten, denn wie der was für eine geile Zeit-Interpret kürzlich gegenüber der Westen erklärte, fordert die kleine Tochter von Helene Fischer derzeit all ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, Helene hat gut mit ihrer Tochter zu tun. Da wird sie ausgelastet sein. Dennoch kann er sich in Zukunft durchaus seine Zusammenarbeit vorstellen. Aber, wenn eine Anfrage kommt, oder wir beide eine Idee entwickeln, dann sage ich natürlich nicht, auf keinen Fall. Aber wir müssen schauen, ob es für uns beide sinnvoll ist, einen Mehrwert bietet, und natürlich auch, ob es Spaß macht. Wir sind gespannt.